Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das hast du wieder fabelhaft hingekriegt, mein Junge Nun hört schon auf zu jammern, habt keine Angst, ich bringe euch hier wieder raus Wir jammern nicht, das würde ein Wikinger nie tun, wir geben nur unserem Unmut Ausdruck Ihr bleibt hier und droht euch schön aus, ich such weiter, halt den Faden fest und wenn ich die Schätze gefunden habe, gebe ich dir ein Zeichen Haha, wenn du sie gefunden hast Ist ihm doch ein pfiffiges Gärchen, ist ja auch kein Wunder, bei dem Vater hat er alles von dir Das ist ein pfiffiges Gärchen Klar, das geht Oh, da waren es alle Das ist ein pfiffiges Gärchen Und? Und jetzt? Ich weiß Da sind sie, ich hab sie gefunden, ich hab die Schätze gefunden, hurra, hurra! Ich hab sie gefunden, hurra, 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 ich hab sie gefunden, ich hab sie gefunden, hurra, hurra! Aua! 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 Los, wacht auf, bevor mir der Bengel die Nase ausreißt. Los, ihr Schlafwitzen, wacht auf, Vicky hat die Schätze gefunden. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, schieb erst das Segel an. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Binde dran. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vielen Dank.